Zum 15. Mal parkten hunderte Oldtimer auf der Amperwiese auf dem Gelände des Klosters in Fürstenfeld und wurden Teil der Motorworld Oldtimer Tage, die vom 21. bis 22. September bei bestem Wetter stattfanden. Schon in den frühen Morgenstunden rollten am Samstag die ersten Klassiker an, um die Amperwiese als Fahrerlager zu füllen. Ein Oldtimer-Museum, das sich während des Tages mit dem Kommen und Gehen der Besucher immer wieder wandelte. Das Oldtimer-Treffen ist seit Beginn das Herzstück der Veranstaltung. Mehr als 1200 Fahrzeuge werden jedes Jahr über die Wiese bewegt. Die Kulisse vor dem historischen Kloster und die weitläufige Anlage sind der ideale Ort für den Herbstausflug mit dem Oldtimer. Ein Treffpunkt für alle, denen das Thema historische Automobile am Herzen liegt. Rund 10.000 Besucher kamen und genossen das vielfältige Programm und die zahlreichen Aussteller. Eine Kombination aus Messe, Teilemarkt, Oldtimer-Treffen und Rahmenprogramm für Pkw und Motorräder zum Staunen und Kaufen. Außerdem im Angebot Literatur, Ersatzteile, Bekleidung, Spiele und ganze Fahrzeuge. Im Innenhof der Tenne fand zum 100-jährigen Jubiläum der Marke Citroën eine Sonderausstellung statt. Zu sehen waren Fahrzeuge aus der gesamten Modellhistorie, angefangen bei dem Citroën HP5, über verschiedene Citroën Traxion Avant bis hin zu DS, CX und unterschiedlichen 2-CV-Modellen. Die hervorragende Ausstellung wurde durch den Citroën Veteranen Club Landesbezirk Südbayern zusammengestellt. Seit 10 Jahren nimmt der DAVC bei den Oldtimertagen Fürstenfeld interessierte Gäste mit auf eine kleine Rundfahrt. So erleben auch Nicht-Oldtimer-Besitzer die Zeitreise auf Rädern live. Camping wie in guten alten Zeiten, das präsentierten die Oldtimer-Clubs inmitten der kleinen, vom Alter geduckten Obstbäume in Perfektion. Bis ins Detail liebevoll ausgestattete Wohlanhänger verzauberten mit dem Charme vergangener Tage. Am Samstag fand zum ersten Mal auf der Wiese vor der Klosterkirche das 80s Ensemble statt. Ein Concours besonderer Art. Das Alter des Fahrzeugs und das Alter des Fahrers dürfen in Summe maximal 80 ergeben. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, auch junge Leute an das rostigste Hobby der Welt heranzuziehen und auch jüngeren Fahrzeugen die Chance zu geben, an einem Concours teilzunehmen. 15 Teilnehmer nahmen an der ersten Ausgabe dieses Wettbewerbs teil. Die Jury war begeistert von dem Esprit der Besitzer und der besonderen Auswahl der Fahrzeuge. Jede einzelne Geschichte war interessant. Sei es, dass der Besitzer sich bereits mit 16 Jahren seinen ersten BMW kaufte oder ein junger Besitzer den Mercedes-Benz W107 von seinem Opa zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte und nun hegt und pflegt. Alles im Allen machte es die Leidenschaft, mit denen die Besitzer der Fahrzeuge ihre Leidenschaft zu Automobilen schilderten, der Jury sehr schwer die Gewinner des Concours festzulegen. Best of Show wurde der Bitter SC mit seinem jungen Besitzer. Den zweiten Platz belegte eine junge Besitzerin mit einem BMW 323 Individuum, mit dem sie den Youngtimer Award gewann. Den dritten Platz belegte die Besitzerin des Porsche 911 Tager, der den 80s Award von der Jury verliehen bekam. Best in Glass Tuning erhielt das Audi 80B Coupé. Motorradliebhaber kamen bei den Motorworld Oldtimertagen Fürstenfeld ebenfalls auf ihre Kosten. Auf der Waaghäuselwiese präsentierten sich zahlreiche Zweiräder rund um die Hall of Thunder zum Motorradconcours. Ein absolutes Highlight waren die Motorräder, die vor der Kirche vor und nach der Ausfahrt Aufstellung nahmen. Man hätte sich gewünscht, diese Raritäten länger zu sehen. Hier konnten teilweise rund 100 Jahre alte Fahrzeuge bestaunt werden. ECK2 8 6 8 9 9 10